Alle werden wichtig sein, wie wir von hinten rausspielen, wie wir das Mittelfeld spielen, dass wir uns die eine oder andere Chance mehr rausspielen als in Wolfsburg, dass wir uns über das gesamte Spiel Chancen herausspielen und dann natürlich auch vorne die Tore machen. Ich denke, dass viele Spieler gefährlich waren, dass sich das bei Wolfsburg nicht auf einen Spieler reduziert hat. Natürlich ist Julian ein guter Spieler, das wussten wir auch vorher. Wichtig wird aber sein, wie wir als Mannschaft verteidigen. Wenn wir das ein bisschen besser machen, dann kommt es nicht auf einzelne Spiele an. Beim Gegner dann ja sehr, weil wenn wir eins bekommen, müssen wir schon vier Tore machen, um weiterzukommen und das ist nicht einfach. Wolfsburg hat sich defensiv nach den ersten ein, zwei Chancen, die wir hatten, wirklich gut präsentiert. Stammt wirklich sehr kompakt und hat es uns schwer gemacht, uns große Chancen herauszuspielen. Von daher wird es wichtig sein, dass wir trotz des Rückstands aus einer vernünftigen Defensive herausspielen, um möglichst kein Gegentor zu suchen. Ja, volle Unterstützung natürlich, aber ich bin mir auch sicher, dass wir die bekommen werden. Wir wollen aus dem Heimspiel natürlich einen Vorteil machen und dazu brauchen wir die Fans, die uns mitnehmen, die die Stimmung machen. Ich gehe fest davon aus, dass sie voll da sein werden und ich hoffe, dass wir ihnen vor allem auch die Möglichkeit geben, über unser Spiel voll mitzugehen und ebenso wie wir alles zu geben. Ja, natürlich wäre es wichtig, früh in Führung zu gehen. Das ist ohne Frage so überhaupt. Wir müssen natürlich offensiv spielen, gar keine Frage, aber mit Verstand, mit diesem Wissen müssen wir agieren. Also nicht kopflos, dann ist die Chance immer da, dass du auch ein Tor bekommst hinten und das wäre natürlich nicht gut. Ich hoffe es und alle, die voren fühlen, müssen ihnen dabei helfen. Das ist klar. Ja, ich kann es versprechen, aber es wäre natürlich ein guter Zeitpunkt. Es ist ein wichtiges Spiel, wo wir definitiv Tore brauchen. Wer die am Ende macht, wer mich kennt, weiß, dass mir das im Endeffekt egal ist, aber wenn ich dabei wäre, wäre es nicht schön.